wenn sie seit jahren den gleichen langweiligen bürojob ausführen seit jahren jeden tag neben der gleichen langjährigen übergewichtigen ehefrau liegen und immer um die gleiche uhrzeit aufstehen müssen stets aufs neue jeden tag dasselbe frühstück essen und auch sonst keine lust verspüren aus diesem alltäglichen langweiligen hamsterrad auszubrechen dann ist der maxwell esbo exakt der wagen den sie unbedingt brauchen denn kein auto ist langweiliger als dieser wagen der auf der vorlage eines deutschen fabrikats beruht der besonders bei anspruchslosen finanziell weniger betugten fahr anfängern und frustrierten alleinerziehenden müttern beliebt ist meine fresse war das jetzt ein langer satz perfekt geeignet für den stadtverkehr mit weniger platzangebot als ein schuhrucksack für erstklässler bietet der wagen genauso viel fahrkomfort wie ein viel zu hoher barhocker ohne lehne in einer versifften assi kneipe voller besoffener sozialhilfe empfängerpreils sie können den s boot zwar optisch auftunen aber dennoch versprüht dieser wagen eine natürliche langweile um die sie keiner beneiden wird und auch wenn dieses fahrzeug fahrbar ist und beschleunigen kann in der zeit die dieses auto benötigt um von 0 auf 100 zu kommen können sie beruhigt ein dickes buch zu ende lesen und eine ausführliche 100 seite die rezension dazu schreiben sie müssen sich auch keine sorgen machen dass der wagen zu laut sein könnte sie hören ihn eh nicht da das sitzen in diesem fahrzeug so dermaßen eng ist dass ihre knie ihre gesamten ohren verdecken werden wenn sie also circa 35 pfandflaschen mit 25 cent wert pro flasche ihr eigen nennen dann lösen sie diese ein und kaufen sie sich diese personifizierte langeweile namens maxwell aspo für wenig geld bekommen sie wenig auto aber hey wen stört das schon wenn er eh anspruchslos und arm ist